Wir möchten Menschen, besonders Flüchtlinge, die Perspektive geben, hier Heimat zu finden. Von Flüchtlinge weg hin zu Hoffnungsträgern zu werden. Wir sind hier in einem Hoffnungsort. Hier möchten wir, dass Menschen, die nur nach Deutschland kommen und Menschen, die schon hier länger leben, gemeinsam leben und wohnen. Es ist eine große Chance, weil das menschliche Begegnung ermöglicht, und zwar Begegnungen jeden Tag im Alltag. Durch Begegnung wächst das gegenseitige Verstehen und ein neues Gefühl von zu Hause. Sprachunterricht hilft, den Alltag leichter zu bewältigen. Und für die Flüchtlinge wollen wir eine Perspektive schaffen, nicht nur im Sinne von Unterbringung, sondern auch im Sinne von, wo können wir Arbeit und Anschluss und Integration finden. Wer arbeiten kann, fühlt sich gebraucht und findet seinen Platz in der Gesellschaft. An einem Hoffnungsort gewinnen alle, weil aus Fremden Freunde werden. Teilen Sie unsere Vision einer hoffnungsvolleren Welt. Machen Sie mit. Unterstützen Sie uns. W Kamera Wいき auch티 Jesus M lively W общем W W Untertitelung des ZDF, 2020